hier ist eine tuss 8 hier unten ist er und hast du das von dem abanathie mädchen gehört tato pflanzen harte arbeit wie jeden tag immer das gleiche armes mädchen sie hatte mehr mut als verstand shit ja Okay, da oben ist eine Hütte, da sind zwei Leute, aber ich verarsche mich doch jetzt echt, oder? Hier ist doch weit und breit nichts. Ich sehe hier keine anderen Häuser, ja da unten ist ein Haus, aber das wird mit dem hier oben eh nichts mehr zu tun, weil es eh viel zu weit weg ist. Na egal, jetzt müssen wir jetzt erstmal eine Runde, was? Info-Automatik-Pistole. Nein, Hilfsmittel, Hilfsmittel-Dip. Hier. Beer. Genau. Rehfliegenfleisch ablegen, sortieren, runtersuchen. Ah, Sex-Raid, danke. Stil. Jetzt sammeln wir mit unserem Ding aus. Wie geht's denn ins Hauptlevel 5? TP 61 518. AP 79 90. Kronkorn mitzubekommen, genau. TP. 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 Das geht definitiv schon mal besser. Aha. Die Stimme ist wohl im Flughafen oder was auch immer, keine Ahnung. Da müssen wir in die Richtung nach Süden. Da müssen... Jews vill. Grabhook스 line. Hm. Wie ist die Seite? Wie ist die Seite? Wie ist die Tür? Du? Du griffst. Und? Wie ist das. das viel ist erstmal geschichte würde ich sagen das ist doch ein händler da unten das was passiert dann nein doch nichts alles in ordnung alles okay das sind händler endlich händler cool das geschäft läuft gut meine rüstung haben schon viele ödländer gerettet endlich wo steht es aber steht zum verkauf uns sicher nein handeln was steht zum verkauf was für sachen hast du denn ich verkaufe rüstungen für die leute vom alten stocken außerhalb von banker herren ich verkaufe klugen ödländern seit jahren rüstungen die dummen gehen hier mit leeren händen weg aber sie bleiben nicht lange dumm wenn du weißt was ich meine ha ha vielleicht später verstehe nein lukes ich habe die besten rüstungen weit und breit handel ist nur nicht an der rüstung sparen außer du willst schnell sterben okay hat munition kleidung interessiert uns momentan mit so wirklich champion linker arm okay das alles zurück mit sternchen wert 17.591 für kronkorn haben wir haben gerade mit 308 kronkorn da können wir natürlich noch nicht wirklich mithalten okay gekocht leder rüstung fredeival schrott ballistische faser ladung fieberglas ladung leder ladung stahl ladung stoff munition das war's mehr hat er da net 48 kronkorn kronkorn gesamtkosten 48 schrott lücke ist kleidung waffen hat natürlich auch keine okay meine waffen 10 mm pistole wert 17 billiard köh weg damit im pro pistole schlagring weg damit schlittergranate behalten wir natürlich im pro automatikpistole behalten wir auch splittermine behalten wir auch doppelläufige schrotflinte kann ich zwei verkaufen im pro gewehr behalte ich lasermuskete behalte natürlich auch kurzläufige 44 pistole behalten wir leuchtvisier behalten wir leuchtvisier stecher abzug war schlagstock behalten wir auch irgendwas fehlt hier okay meine kleidung ah ne munition war das ne stimmt leder rüstung haar nicht radar rüstung leder rüstung sack kaputzen riemen ich hab keine ahnung was es sein soll sauber gestreifter anzug sauberer rosa farbenes kleid irgendwas stimmt hier grad net verkaufen sturmgas maske toten kopf halst hoch wird damit erring arm arm armeehelm gemein verkaufen champion linker arm den behalten wir mal schweißt radar rüstung okay verlassen laufende handel abbrechen ja aber irgendwas stimmt hier nämlich grad net lukes meine rüstung haben schon viele ödländer gerettet lieber mache ich das noch mal bier wirkt nicht mehr machen wir sehen was du so hast ich habe einen großen vorrat das bier wirkt nicht mehr und der typ labert das aber besoffen mehr okay als allererstes meine waffen verkauf mir mal naja ich habe nämlich vorhin versehen ich bin dem irgendwas gekauft und wollte es dann gegen zurück tauschen also einlösen billiard köh impro pistole alles weg mozhoff cocktail behalten wir schlagring weg splittergranate behalten wir stüttermine behalten wir doppelhäufige schrottflint verkaufen wir zwei stück impro gewehr behalten wir lasermuskel behalten wir kurzdäufige pistole ok sitzen außen kleidung alles weg net ganz ein armeehelm kann weg leder rüstung radar das ganze zeug kann alles weg der schrott das sind sachen die wir definitiv bald wiederholen könnten wir wollten wenn wir wollten dann aber nicht müssen dann weiter aufbereitetes wasser hat den wert von wie viel das wasser hat wird von 7 verkaufen 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 creme 2 verkaufen flaschenkürbis verkaufen fleisch von mischlingshund alles weg hirnpilz alles weg hubblume weg hundefutter in der dose weg instapüree weg jet weg grottenblume weg leuchtender pilz achtmal weg malwurfrattenfleisch 17 mal weg medex behalten wir noch nuka cherry die behalten wir natürlich auf jeden fall nuka cola behalten wir auch nuka cola quantum behalten wir sowieso psychosex psychosex da sind drogen brauchen wir eigentlich netten scheiß verkaufen red kakerlakenfleisch zehnmal verkaufen red ex behalten wir noch right away behalten wir sowieso schmutziges wasser weg damit stimpack behalten wir natürlich tato das war die komische tomate was es war weg mit todeskrallenfleisch 36 wilde mutterbeere verkaufen vodga fett zwei mehr nette verkaufen jumjum russische eier jamjam kennen wir das nicht gibt es nicht bei uns also jumjum nudeln wie die heißen weg damit zuckerbomben zweimal und weg damit jetzt habe ich auf jeden fall noch au au eben merk ich es der hatte nur 233 kronkorken scheiße kein händler kein lokal kein geld und genug geld hat Mist ich hätte meinen ganzen Schrott endlich mal loswerden können irgendwas was ich sagen könnte okay das nämlich mit metallrüstung rechte irgendwas okay kosten auf dem geld hier das zu kostet alles gilt aber das geht leider nicht das ist doch scheiße denn da hat nicht genügend kronkorkenhandel trotzdem annehmen abbrechen natürlich abbrechen scheiße hey lucas ich bitte rüstung zum guten preis falls es dich interessiert ach hätte ich besser aufpassen müssen okay ich nehme die munition okay so das war es eigentlich schon jetzt gehe ich hier und switche hier rüber meine waffen und verkauf nein die waffen verkauf ich mal nicht sondern lieber mal die kleidung weil das nämlich ding ist schweißer brille sturmgasmaske totenkopf als tuch irgendwas habe ich falsch gemacht armeesack habe ich den meinen schweißer sturmgasmaske gestreift sauberer gestreifte anzug wieder zurück mein freund das war meiner aufbereitetes wasser aber eigentlich dass medix auch gerade das selbe mit mir medix zurück damit medix zurück damit chirurgskapel ok bläfligen trüse weg damit bleistift bilder dreieck weg damit nutzer ölkanister erkennungsmarken baseball handschuhe apraxo putzmittel abgenutztes klemmbrett glaswasser optik dies ist nicht immer so wird vorwarten noch glühwein aber auch noch gold uhr weg damit großer becher groß das becher glas handschellen weg damit okay annehmen ja trotzdem wo hatte facken gesehen dass der zwei köpfer der ochse hat er auch nein hatte ich doppelte leute ok die sind alles mit gewicht sind wir ein bisschen was losgeworden inventar 195 von 2 70 land läuft ja jungs leute ganz kurz pause muss ich mal ganz kurz pause machen